Ich werde nicht sterben, mein Freund. Nachdem wir die Grand Line bezwungen hatten, wurde Roger nur noch der König der Piraten genannt. Für einen Mann, der seinen letzten Weg beschreitet, ist ein Titel nicht wichtig. Eines kann ich mit Gewissheit sagen. Roger hat ein fantastisches Leben. Tja, also, Gold Roger wurde vor etwa 22 Jahren hingerichtet. Warum wurde der Vizekapitän verschont? Die ganze Mannschaft wurde von der Marine geschnappt, oder? Wir sind nicht geschnappt worden. Roger hat sich feindlich geschnappt. Die Regierung hat es nur so aussehen lassen, als hätte sie ihn geschnappt. Und ihre Macht zu uns drinnen. Ja, die letzten Sekunden sind es nicht so aussehen lassen, sondern in kleinen Flächen einbehalten von der Zehnfache. Wir wollen also einen Schatz. Den können wir gern haben. Sonst geht's noch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Jetzt geht's noch los. Ja. Vielen Dank.